So, jetzt haben wir auch noch den schnellsten der Mini-Tresse, Linus Hensen. Linus, wie ließ das Qualifying für dich? Also am Anfang ging es nicht so gut, dann hatte ich aber eine super Runde und ja, das hat mir dann die Pole gebracht. Also hast du deine super Zeit in einer Runde gefahren? Ja. Ja, das ist doch schon mal super. Fürs Rennen möchtest du natürlich nicht nur eine schnelle Runde fahren, sondern vermutlich alle und wenn du möchtest, alle vorne weg wahrscheinlich, oder? Ja, am besten wären wir das. Ja, das glaube ich dir. Dann wünsche ich dir schon mal viel Glück und behalte einen kühlen Kopf.